Felna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live. Ja, willkommen bei Felna live. Und wir starten heute mit dem Kärtner Landeshauptmann Peter Kaiser. Der ist mir jetzt aus Klagenfurt zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Landeshauptmann. Einen schönen guten Tag nach Witt. Herr Landeshauptmann, jetzt muss ich natürlich gleich mit der SPÖ beginnen und der großen Frage, die sich viele stellen. Was ist denn da passiert vor knapp eineinhalb Wochen am SPÖ-Parteitag? Wie konnte es sein, dass Pamela Rendi-Wagner nur 75 Prozent bei ihrer Wiederwahl als SPÖ-Bundesparteivorsitzenden bekommen hat? Herr Felna, Sie gestatten, dass ich nur vorausschicke, auch für die Zuseherinnen und Zuseher, dass ich einen sehr tragischen Tod in meinem unmittelbarsten Familienkreis hatte, daher persönlich nicht anwesend sein konnte, sehr wohl aber die Rede der Parteivorsitzenden und des Wiener Bürgermeisters gehört habe. Ich habe heute Parteivorstand gehabt und wir haben sehr ausführlich über zweieinhalb Stunden die Sachlage debattiert. Und ich möchte Ihnen einige Punkte geben, die vielleicht sehr deutlich sagen, wie wir in Kärntner Sozialdemokratie diesen Parteitag beobachtet haben. Das Erste ist, das Ergebnis ist ein Faktum. Da gibt es nichts herumzudeuteln. Ich spreche mich genauso wie Pamela Rendi-Wagner gegen jegliche Abstimmungsforensik aus, sprich, warum hat jemand, aus welchem Grund, warum dagegen gestimmt. Es ist so, wie es ist. Es ist ein Faktum und daher haben wir die Aufgabe, selbstkritisch uns damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was machen wir anders besser und vielleicht auch offener intern, um eine wirkliche Alternative bei der nächsten Nationalratswahl zu sein. Der zweite Punkt, den alle unsere Parteivorstandsmitglieder unterstrichen haben, ist, weg endlich von der Beschäftigung ausschließlich mit sich selber, denn diesen Eindruck verstärkt durch Medien macht die Sozialdemokratie und hin zur Auseinandersetzung mit Themen, die die Lebensrealität der Menschen dort, wo es notwendig ist und wegen dieser Regierung, die wir derzeit haben, ist es in vielen Bereichen notwendig, dort die Lebensrealitäten zu verbessern. Und der dritte Punkt ist, ja, es scheint eine gewisse Distanz zwischen Parteibasis und Parteispitzen, ich verwende bewusst den Plural, zu geben. Und das ist eine Situation, wo wir dem entgegensteuern sollen, konkrete Vorschläge, eine Österreich-Tour der wichtigsten Träger der Sozialdemokratie und viel mehr Milieupräsenz. Und damit meine ich, das, was Pamela Rendi-Wagen im Unterschied zu allen anderen gezeigt hat, in der Frage, in Steyr präsent zu sein, die Anliegen der Leute mit aufzugreifen, sich auf Seite der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer zu stellen, das sind Dinge, die wir in nächster Zeit verstärkt machen sollen. Jetzt hat Pamela Rendi-Wagener selber in einem Interview hier auf OE24 TV von Feigheit gesprochen, weil sich die Kritiker nicht offen bekannt haben am Parteitag. Ist das wirklich feig, dass da eigentlich niemand öffentlich aufgetreten ist und man dann 25% Steichungen hat? Es ist vielleicht nicht die offene Art des Widerspruches und des Diskurses, den ich mir persönlich auch wünschen würde, aber es werden niemand ohne Grund seine Position gehabt haben. Und genau das ist für mich der Ansatzpunkt. Wenn es so ist, wie es ist, und das ist ein Faktum, haben wir zu schauen, und da nehme ich Anleihe bei Hans-Peter Tosko ziel, dass wir wirklich eine Selbstreflexion, alle von uns, die Parteitagsdelegierten, aber auch die Spitzenfunktionärinnen und Funktionäre anstellen. Und für mich heißt Selbstreflexion jedenfalls kein öffentliches Ausrichten und keine Schlagzeilenheischerei und persönliche Vorteile zu machen, sondern intern öfter, härter, kontroversieller als bisher, aber eben intern zu diskutieren und dann aber mit einer Position hinaus zu gehen. Dass das auch in schwierigen Punkten möglich ist, haben wir mit mehreren Papieren gezeigt. Haben Sie eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass Sie da auch ein bisschen einen Anteil haben an diesen 25%-Streichungen wegen diesem Antrag der Staatsbürgerschaften, der ja durchaus auch für Kritik gesorgt hat im Vorhinein des Parteitags? Es war meine Aufgabe, gemeinsam mit anderen Freundinnen und Freunden, einen offenen Punkt des letzten Parteitages rechtzeitig vor dem bisjährigen Parteitag zu erledigen. Dem sind wir nachgekommen und ich denke, und das habe ich öfters gesagt, wie immer man inhaltlich zu solchen Dingen stehen mag, der Parteivorstand, also die Spitze dieser Partei mit rund 70 Personen, hat einstimmig diesen Vorschlag angenommen. Ob das jetzt ein Ding der Mitschuld ist, ich sage es ganz offen, wir sind alle eine Partei und jeder trägt seine Verantwortung mit. Ich stelle mich dieser sehr gerne und habe das auch mit meiner Kandidatur letztlich getan, zwar in Abwesenheit, aber doch kandidiert. 25% das ist ein Viertel der Delegierten, die gegen Pamela Rendi-Wagner gestimmt haben. Da stellt sich natürlich schon die Frage, war das organisiert? Ich habe gesagt, ich möchte keine Parteitagsabstimmungsforensik anstellen, wie immer Leute haben. Meine Delegierten haben ja gesagt, dass sie keinen Eindruck von organisiertem Streichen haben. Wichtig aber ist nicht das Ergebnis jetzt, denn das ist verschüttete Milch von gestern. Wichtig ist, dass wir die Inhalte klar bestimmen, zu denen wir gehen, dass wir empathischer, emotioneller, auch in den sozialen Milieus, wo es Probleme gibt, unsere Frau, unser Mann dort präsent sein stellen. Und dass wir die inhaltlichen Punkte aufbauen. Und ich kündige Ihnen nur vorweg an, wir haben heute auch acht Punkte beschlossen im Parteivorstand der SPÖ Kärnten, die wir auch unserer Bundesorganisation übermitteln, wo wir denken, dass derzeit die treuendsten Probleme sind. Wenn es von Interesse ist, bin ich gerne bereit, diese auch zusammengefasst zu bringen. Und zwar, welche Punkte sind das, Herr Landeshauptmann? In aller adäquater Kürze, erstens adäquate Mindestlöhne in der Europäischen Union, kollektivvertragsgesicherte in Österreich, damit stärken wir die Kaufkraft der Schwächeren, einen höheren, auch budgetär sichtbaren Stellenwert von Bildung, Gesundheit und allgemeiner Versorgung, das heißt Stärkung und Modernisierung der Infrastrukturmaßnahmen, des Sozialstaates und der Gemeinden sowie Ausbau der Pflegeversorgung. Der dritte Punkt ist eine Änderung des Steuer- und Abgabensystemes, weniger Besteuerung vom Faktor Arbeit, von Löhnen und damit auch niedrige Einkommen zu entlasten, dafür auch gleichzeitig eine Kaufkraftstärkung für den wirtschaftlichen Binnenmarkt zu erzeugen, aber ja, Besteuerung von Kapital, Vermögen, Erbschaft und Ressourcenverbrauch, hier soll das Verursacherprinzip gelten. Der vierte Punkt ist Bekämpfung und Milderung der Armut und Erhöhung der sozialen Gerechtigkeit und Treffsicherheit von Sozialmaßnahmen. Wir treten uns fünftens für eine progressive Industrie- und Wirtschaftspolitik mit volkswirtschaftlichen, ökologischen, nachhaltigen und auch politischen Strategien ein. Verkürzt gesagt, mehr Profitqualifizierung denn Quantifizierung. Forschung und Entwicklung sowie wesentliche Produktionen wie die Pharmaindustrie, Covid hat es gezeigt, medizinische Anzüge etc. müssen in die EU zurückgeholt werden und wir brauchen Maßnahmen gegen Steuerdumping. Ich bin sehr froh, dass die OECD erstmals gemeinsam mit 130 Staaten hier eine Einigung gehabt hat, dass niemand unter den Dumping-Steuersatz rund 15 Prozent geht. Das ist einmal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Vorletzter Punkt, Arbeit ist mehr als nur Lohnarbeit. Das heißt, ich möchte auch die Anerkennung gesellschaftlich erforderlicher und notwendiger Arbeit. Das kann insbesondere im Bereich der Frauen mit Versicherungsjahren Hinzurechnungen geben. Und letzter Punkt, und das ist für mich auch ganz wichtig, wir brauchen eine Investitionsoffensive, wir brauchen eine Qualifizierungsoffensive und wir brauchen eine Sozialstaatsoffensive, um aus dieser Krise herauszukommen und die postpandemisch, also nach der Pandemie kommenden, Fragestellungen auch bearbeiten zu können. Wer bezahlt die Krise, steht über all dem. Ich glaube, das muss eine sozial gerecht verteilte Lastenverteilung werden. Herr Landeshauptmann, Sie haben vorher gesagt, die SPÖ braucht wieder mehr Milieuarbeit und man muss auch wieder mehr auf die Wähler und auch die Delegierten in dem Fall zugehen. Wären Sie nicht bereit, mit anderen Spitzenvertretern der Sozialdemokratie, beispielsweise dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, dass man einmal alle Streitparteien, weil derzeit wirkt die SPÖ ein bisschen wie ein zerstrittener Haufen, an einen Tisch holt und hier, wahrscheinlich abseits des medialen Rampenlichts, einmal wirklich Tacheles zu reden, wo denn die Probleme liegen? Wir haben das auch in der Vergangenheit schon gemacht. Ich habe da heute auch den konkreten Vorschlag an die Partei verantwortlich mitgestellt. Ich zähle mich selber dazu, dass wir halbjährliche Treffen der Landesparteivorsitzenden und der Landesgeschäftsführer mit dem Bundesparteivorsitzenden, Geschäftsführer haben, um die Schritte miteinander abzuklären, eine permanenten Dialog-Gremium zu haben und auch ganz offen gesagt, Herr Fellner, dann auch von mir aus hinter verschlossenen Türen zu streiten, bis dieser berühmte, bei uns wird es halt roter Rauch sein, herauskommt, weil wir uns einig sind. Was natürlich auch für viel Kritik gesorgt hat, war die Organisation dieses Parteitags. Einerseits die Frage, die sich doch viele gestellt haben, wie kann einem Bundesgeschäftsführer nicht auffallen, dass 25 Prozent anscheinend unzufrieden sind im Vorhinein eines solchen Parteitags und andererseits muss man sagen, was ja fast ein bisschen untergegangen ist, dieser Parteitag war ja am Ende nicht mehr beschlussfähig, weil zu wenig Delegierte im Raum waren. Josef Scharp hat vergangene Woche gesagt, sowas hat er überhaupt noch nie erlebt und er versteht nicht, wie in einer Organisation das passieren kann. Muss man nicht auch über die Bundesgeschäftsführung der SPÖ nachdenken? Ich glaube, das sind genau jene Punkte, die Sie nennen, die wir untereinander, miteinander besprechen, denn wir sind alle mitverantwortlich. Wir haben die Vorgehensweise auch im Bundesparteivorstand besprochen. Ich bitte ein bisschen zu berücksichtigen. Erstens noch einmal, ich war persönlich nicht vor Ort, kann daher nicht so kompetent das bewerten, wie es andere tun. Aber zweitens, dass das schon unter sehr spezifischen Covid-gelenkten Voraussetzungen stattzufinden hat und das anfänglich auch die Freude darüber überwogen hat, dass wir erstens uns wieder persönlich treffen können und austauschen können. Und zweitens, ich sage das noch einmal auch mit entsprechenden Stolz, es war eine exzellente Rede sowohl der Parteivorsitzenden als auch des Wiener Bürgermeisters. Aber muss man über die Organisation und auch die personelle Besetzung der Bundesgeschäftsführung nachdenken? Wir können über alles immer nachdenken. Das ist ja auch einer jener Bereiche, die wir im Unterschied zu sehr hierarchisch-diktatorisch geführten Parteien haben. Manchmal haben wir vielleicht etwas zu viel an divergierenden Meinungen, aber am Ende des Tages ist mir das noch immer lieber als Friedhofstille und quasi UKAS-Erlass von oben, was zu tun ist. Aber ich denke, dass wir diese Vorgänge, nämlich die Diskussion, die Meinungsfindung, entscheidend verbessern müssen. Und da sind alle dazu aufgerufen, vom Kärntner Parteivorsitzenden bis zum Bundesgeschäftsführer. Kann eigentlich eine Bundesparteivorsitzende, die mit nur 75 Prozent gewählt wird, Ihrer Meinung nach überhaupt noch Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl werden? Ich möchte die Frage vielleicht etwas breiter interpretierend sehen. Als wir nach einer Situation, bei der der damalige Parteivorsitzende Kern zurückgelegt hat, in einer sehr schwierigen Situation war, war es Pamela Rendi-Wagner, die Frau genug war und sich dieser Verantwortung gestellt hat. Und sie hat auch, und ich möchte nicht wissen, wie viele ähnliche Größe gezeigt hätten, nach diesem Ergebnis, dass kein Gutes und Schönes für sie war. Trotzdem wiederum ihre Frau gestanden, hat die Sozialdemokratie nicht als Partei in eine tiefe Krise gestürzt, als wäre passiert, wenn sie spontan irgendeine andere Reaktion gezeigt hätte, sondern war bereit, alles zu tun, um die Situation wieder zu verbessern. Und dass sie schon aus Holz, aus dem auch Menschen geschnitzt sind, die einen sehr, sehr starken Charakter haben. Jetzt ist gestern bekannt geworden, dass der ehemalige Bundeskanzler, Sie haben es gerade angesprochen, Christian Kern, den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Toskozil berät. Für viele Politikkenner doch überraschend, muss man sagen, weil die beiden ja nicht immer als beste Freunde galten. Hat Sie das eigentlich überrascht? Ich glaube, der Mensch bin ich selber, je mehr Kapazität, Wissen, Erfahrung und Know-how wir in die Partei, egal wo, in welchem Bundesland oder auf Bundesebene einbringen, umso besser sollte es in der Letztausformung dann für die Menschen sein, in dem Fall im Burgenland, sonst Österreichweit. Jetzt ist Christian Kern ja eigentlich viel im Sommer auch in Kärnten. Berät er Sie eigentlich auch? Wir treffen uns immer wieder und ich schätze jedes Gespräch, übrigens nicht nur Christian Kern, auch Alfred Pusenbauer zählt zum Kreis meiner Freunde, wo wir uns sehr, sehr gerne politisch austauschen. Sie würden ihn auch als Berater bezeichnen? Als Freund und da sind beratende Funktionen, Austausch von Meinungen, Analysen von gegebenen Problemstellungen immer mit dabei. Herr Landeshauptmann, ich würde noch gerne zu einem ganz anderen Thema kommen, zur Impfung. Wie läuft denn der Impffortschritt in Kärnten momentan? Weil man hört ja immer mehr Meldungen, dass generell die Impfungen zurückgehen, dass es auch schwieriger wird und dass es immer mehr Impfschwänzer gibt, vor allem was den zweiten Termin betrifft. Merken Sie das in Kärnten auch? Wir haben eine ganz leicht andere Herangehensweise aufgrund der vorhandenen Impfdosierungen gehabt. Wir haben versucht, sehr knapp die Erst- und die Zweitimpfung aufeinander abzustimmen. Ich habe mir extra die Zahlen herausgeholt für dieses Interview. Herr Fellner, wir haben bei denen, die impfbar sind, derzeit einen Stand von 59,3 Prozent Erstimpfungen, aber schon 44,2 Prozent voll immunisierte Menschen. Das heißt, bei uns ist diese Lücke zwischen Erst- und Zweitimpfung relativ gering. Wir haben mit gestrigen Tag gemeinsam mit allen österreichischen Medien auch eine Kampagne gestartet, Ärmel hochkrempelt impfen lassen, weil wir versuchen jetzt auch an jene Kreise der Bevölkerung ranzukommen, die vielleicht noch nicht so überzeugt sind. Mir kommt es darauf an, dass wir überzeugen, dass wir Argumente liefern und dass wir versuchen, die Durchimpfungsrate in Richtung 70 Prozent zu bekommen. Wir sind auf einem guten Weg. Jetzt gibt es in vielen Bundesländern derzeit Aktionen, um das Impfen attraktiver zu machen. In Wien gibt es jetzt Impfung ohne Anmeldung. Oberösterreich impft ab Mittwoch in Shoppingcentern sogar. Und beim Wirt kann man sich impfen lassen. Planen Sie ähnliche Aktionen auch in Kärnten? Ja, wir haben im letzten Koordinationsgremium, das ist unsere Einrichtung, bei der wir diese Krise permanent begleiten, mittlerweile 175 Sitzungen bereits, auch geschaut, ob wir, so wie wir es beim Testen hatten, mobile Impfeinheiten wieder zustande bringen. Ich habe auch vor, dass wir bei den Impfstraßen konzentrieren und dass wir mit den mobilen Bereichen vielleicht dann auch in jenen Gemeinden mit den zuständigen, verantwortlichen Kontakt aufnehmen, wo die Impfrate aus welchen Gründen auch immer das analysieren wird, geringer ist. Also ich möchte auch hier versuchen, punktgenau den Menschen zusätzliche Angebote zu machen. In Wien gibt es gerade heftige Diskussionen, weil der Wiener Bürgermeister und die Wiener Stadtregierung Verschärfungen letzte Woche erlassen haben, nämlich dass Kinder ab sechs Jahren sich testen lassen müssen, wenn sie in die Gastronomie oder beispielsweise ins Freibad gehen. Bei Ihnen in Kärnten, wenn ich richtig informiert bin, endet die Schule, glaube ich, Ende dieser Woche. Das heißt, ab nächster Woche gibt es dann Ferien. Planen Sie ähnliche Verschärfungen auch in Kärnten? Wir haben das jetzt mit dem zwölften Lebensjahr, wie es in den Verordnungen festgelegt ist, einmal festgehalten. Wir beobachten jeden Tag akribisch die Fallentwicklungen. Sie können sich erinnern, Herr Fellner, im Vorjahr hatten wir ein Hotspot-Maskenpflicht, obwohl sie in ganz Österreich ausgesetzt worden sind, eingeführt. Ich glaube auch, dass wir einen ausgewogenen Balance zwischen Maßnahmen, aber auch einer notwendigen Freiheit und Umgang mit diesem Virus haben müssen. Derzeit ist bei Kindern noch nichts vorgesehen. Ich habe aber sehr viel Verständnis dafür, wenn man hier lieber sicherer und mehr schützend als vielleicht mehr liberal unterwegs ist. Jetzt ist es so, Sie haben das ja schon angesprochen, viele Touristen strömen derzeit auch ob des schönen Wetters nach Kärnten und es gibt halt Hotspots wie Felden etc., wo sich dann auch am Abend ordentlich abspielt. Können Sie sich vorstellen, dort auch wieder eine Maskenpflicht zu verhängen? Wir sind immer in engster Abstimmung mit dem Bürgermeister, mit den Bezirksverwaltungsbehörden. Wenn der Wunsch herangetragen und die Zahlen dafür sprechen, dann werden wir uns nicht scheuen, Schutzmaßnahmen für alle Menschen einzuleiten. Welche Art die sind, muss dann die spezifische Bewertung ergeben. Ich verweise nur darauf, dass wir derzeit die mit Abstand niedrigste Inzidenz in Österreich haben. Das ist auch auf die sehr hohe Disziplin und auf viele Schutzmaßnahmen zurückzuführen. Ich hoffe, dass wir diesen Trend beibehalten können. Jetzt gibt es immer mehr Experten, die davor warnen, dass wir zu sorglos sind derzeit im Umgang mit der Pandemie. Kann man den Menschen auch derzeit schwer übel nehmen angesichts der sehr niedrigen Zahlen. Sie haben es selber gerade angesprochen. Aber laufen wir ein bisschen Gefahr, die Fehler des letzten Sommers vielleicht zu wiederholen und dann im Herbst hier wieder vor einem Anstieg der Corona-Zahlen zu stehen? Die Gefahr wohnt jeder Lockerung inne. Ich möchte aber schon darauf erweisen, weil mir das jetzt ein klein wenig zu kurz kommt in den breiten Diskussionen. Wir haben noch immer eine Pandemie. Pandemie heißt weltweite Epidemie. Und wir haben viele, viele Teile dieser Erde, wo kaum Impfungen aus finanziellen, aus sonstigen gesundheitsversorgungstechnischen Gründen stattfinden. Es muss uns allen bewusst sein, in Klartort, in Felden, in Wien, in Ludenburg, dass wir dann erst wirklich geschützter sein werden, wenn weltweit große Durchimpfungsraten erzeugt sind. Und ich glaube, dass wir diesen Aspekt, der ja gerade eine globale Wirtschaft, globale Reisemöglichkeiten immer wieder begleitet, dem noch mehr Augenmerk als bisher schenken müssen. Ich bin sehr stolz darüber, dass die Europäische Union, dass auch die Weltgesundheitsorganisation sich das mit zur Aufgabe machen, auch an jene Teile, vernachlässigte Teile dieser Erde zu schauen, wo wir wahrscheinlich mit einigen Millionen Aufwand und einigen Millionen Tosen viel erreichen können. Und zum Schluss noch ein drittes Thema, Herr Landeshauptmann. Es geht um diesen schrecklichen Mordfall der 13-jährigen Leonie, der eine Debatte über Abschiebungen und auch das Asylsystem ausgelöst hat. Jetzt hat die SPÖ am Parteitag einen Antrag gegen Abschiebungen nach Afghanistan beschlossen. Die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat zuletzt gesagt, es muss nach Afghanistan abgeschoben werden. Was ist Ihre Linie? Ich glaube, dass wir eines ganz klar und unmissverständlich sagen müssen. Wenn jemand gegen österreichische Gesetze verstößt, egal wer es ist, ist er zu bestrafen. Wenn es bereits Bestrafungen und Vorstrafen eindeutiger Natur gegeben hat von Leuten, die unser Land als Schutzmacht suchen, dann sind sie abzuschieben. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn es Leute aus Afghanistan sind, die schwerstens gegen unsere Gesetze verstoßen haben, dass sie zu bestrafen sind, dass sie zu verurteilen sind und wenn es möglich ist, abzuschieben. Das gibt die derzeitige rechtliche Lage bereits her. Es sind jene daher in der Verantwortung, die diese Ämter bekleiden und das umzusetzen und durchzuführen haben. Wo sehen Sie denn aktuell die politische Verantwortung bei diesen Pannen, die augenscheinlich hier im Fall dieser vier Tatverdächtigen passiert sind, die nicht abgeschoben wurden, obwohl man sie abschieben hätte können? Ist das ein Justizproblem? Ist das ein Problem des Asylwesens, das im Innenministerium liegt? Wer hat da Ihrer Meinung nach geschlammt? Ich glaube, dass es niemand, jetzt sage ich, fahrlässig getan hat, schon nicht angesichts dessen, was jetzt auch passiert ist. Aber es sind alle Wege, alle Mechanismen zu hinterfragen und ich glaube, dass es auch gut anstünde, wenn man sich bei der betroffenen Familie entschuldigen würde. Herr Landeshauptmann, vielen Dank und schöne Grüße nach Klagenfurt. Danke auch, liebe Grüße nach Wien. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Und dann ist gleich der Virologe Prof. Norbert Nowotny bei mir zu Gast. Und da spreche ich natürlich mit ihm gleich über das Thema Corona, auch das, was ich gerade mit dem Kärntner Landeshauptmann besprochen habe. Wie sieht er denn die aktuelle Corona-Situation in Österreich? Laufen wir Gefahr, die Fehler des letzten Sommers zu wiederholen? Oder können wir uns diese unter Anführungszeichen Sorglosigkeit angesichts der sehr niedrigen Infektionszahlen derzeit leisten? Und wie sieht es seiner Meinung nach mit den Impfungen aus? Und wie kann man Menschen motivieren, sich noch impfen zu lassen? Braucht es hier vielleicht sogar Geldanreize? Darüber spreche ich gleich mit Prof. Norbert Nowotny nach einer ganz kurzen Werbepause.